Hi Freunde! Willkommen zurück bei Craft the World! Die Zombie von der Monsterwelle kommt gleich, also müssen wir noch kurz die Zwerge, die kein Leben haben... Ok, der schläft schon. Ins Bett schicken. Der schläft auch. Ok. Ach, da war auch gerade einer, der gräbt noch. Und zwar... Hm... Keiner. Ok, dann nicht. Ok, da können noch Imps hin. Und... wo sind wir denn gerade? Äh... Falsche Richtung. Da drüben... Achso. Ich dachte gerade, was ist jetzt los? Schnell sollten die auch noch bessere Auskristen kriegen. Hm, gut. Die zwei aber. So, der auch. Der auch. Der auch. Der auch. Der auch. Und... Und... Ähm... Der stirbt gleich. Die beiden schlafen noch. Ok. Dann greifen wir die mal an. In der Hoffnung, dass es klappt. Der mit seinem Bogen... Einer mit einer Keule. Diesmal ist keiner runtergekommen. Schon mal gut. Und... Die Verspulen ist auch nicht schlecht. Da ist was. Und da unten ist keiner. Die Tür ist durch. Und die zweite auch. Und die zweite auch. Also werden gleich wieder welche sterben. Habe ich das Gefühl. Habe ich das Gefühl. Das ungute Gefühl. Kommt schon. Hau die letzten zwei weg. Ja, gut. Keiner ist gestorben. Sehr gut. Könnt ihr da wieder abbauen. Und... Was sollten wir jetzt machen? Silberspitzhacki. Ähm... Habe ich die Küche. Haben wir die schon irgendwo? Nö. Da hat uns glaube ich... ein... Herz gefällt. Kessel. Ja, genau. Aufzug geht auch nicht. Brotmann. Obwohl... Okay. Das stellen wir gleich mal her. Da brauchen wir nur noch Gold. Und Öl. Und da gibt's bestimmt immer noch keine Flaschen. Nö. Hätte ich doch besser im Internet nachgesehen... wie man Flaschen baut. So schwer dürfte das doch nicht sein. So geht nicht. Ich brauche vielleicht mehr. Nö. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da stehen noch ein Zombie. Ach... Drei Fernkämpfer. Wie schön. Und da kommt schon der Nachkämpfer. Und dann noch einer. Der kommt auch zu spät. Dann rückt das Ding auch gleich an. Da... kann man auch noch... Hebe bauen. Das ersetzen wir. Da machen wir... Okay. Nicht. Und hier sollten... Fackeln hin. Da eine. Da eine. Da eine. Und da. Okay. Böser... Fuzzi. Ne. So steckt sich auch in der Kanalisation. Mh... Das... Das... So. Dann spüren wir auch gleich weg. Ach, da geht's nicht drüber. So, machen wir da drüber. Ist auch weg. Ja komm. Hau weg. Gut. Und... Was gibt's sonst noch zu tun? Nicht viel. Kohle aussetzen. Da noch ein paar solche Dinger weg. Solche Pflanzenfresser... Oder Pflanzenfressen... Äh... Fleischfressende Pflanzen. So rum. Silber können wir auch gleich weg machen. Genau, wir wollten doch... neues Rezept. Ach genau, dann kann ich euch zeigen. Falls ich's noch nicht hab. Ich weiß von gestern nicht mehr viel. Ja... Zug mal raus, dann ziehen wir uns nicht. So. Okay... Dann... Sollte... Irgendeiner... Komm... Nehmen wir dich. Geht... Doch eh schneller wenn... Ja... Der würde schon wieder zurück rennen. Ups. So... Haupt jetzt weg. Und dann machst du das da hin. So... Hier machst du auch was hin. Und... Nein... Das ist weg. Und... So... Das ist auch... Zu... 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 Äh... Zu... Das ist jetzt aber zu lang. 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Okay... Hier muss aber nichts hin. So... Nein... Das auch nicht. Da kommt ne Faskel hin. So... Da kommt ne Faskel hin. Und du gehst dann... Lass die Ost noch da. Sonst mach ich's doch noch zu. Ach... Naja... Was soll's. So... Hau das Ding weg. Komm... Hau weg. Das da noch. Und... Ne... Leider hin. Dann haust du die Dinger noch weg. Und... Das da. Das da. Komm... Mach weg. Okay... Weg damit. Ach... Da unten ist wieder so ein Sack-Gesicht. Mach doch weg. Ich hoffe der stirbt. Bevor er mich... Killt. Ach... Na so. Dann wir noch einen. Ach... Level 11. Sehr gut. Und wir haben... Silber bekommen. Okay... Da gibt's noch ein Rezept. Äh... Brauchen wir nicht unbedingt. Und... Ähm... Jetzt machen wir besser da mal. Motosel. Komm. Hau den weg. Gut. Da war's hin. Da war's hin. Da war's hin. Okay, das passt. Komm. Hau weg. Und da 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 weg. Und dann gleich wieder Sand runter. Hm... Noch schneller. Sonst dauert's ja nicht. Ewigkeit. Ach... So... Gut. Das weg. Ein goldener Helm. So... Und dann gehst du gleich mal da runter. Immer weiter buddeln. Wir wollen ja die bösen Ameisen... vernichten. Wo müssen wir da entlang? Keine Ahnung. Neues Rezept. Schüssschaupe. Erlaub den Zwergen das Angreifen durch den sicheren Burgwall hindurch. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ach, und noch gleich ein Bogenschützenbuch dazu. Ach, das nicht. Das da. Da. Und... Ähm... Wo ist jetzt die Höhle da? Da. Da. Okay. Komm. Da weg. Da auch. Und... Ach. Guck. Du. Gleich durch! Komm schon. Du. Schaffst du ja wohl noch! Wie viel. Ich tust dich am besten nicht töten wenn ich dich gleich befreie ... Und... ... Fertig. Dann befreien wir dich. So und gehen da hoch in der Hoffnung. Ja, da rennt er noch. Komm her. Nein. Dann füllen wir den Zwerg übernehmen. So und da rüber. Turbo entschalten. Und da rüber. Theoretisch einfach geradeaus graben. Okay. Dann krieg ich halt hier erst. Gut, gleich hätten wir es. Ja, das ist auch viel besser. Ich weiß nicht, ob das alles da unten reinpasst. Können die problematisch werden. Ich brauche das. Ach, egal. Okay. Mit Drehstiefel. Sehr gut. So. Da hast du gleich und dein Leben drin. Oder auch nicht. So. Runter. Wo läuft es da? Gut. Die Ameisen zauften ab. Yippie. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was runter. Oh. Doch, da kommt noch was. Okay, okay, okay. Die zwei flüchten. Aber die sind schon tot. Gut. Deo. Du wirst gefällt. Du auch. So. Das was geht immer weiter. Und hört nicht auf zu steigen. Oh oh. So. Ja, ja. So ist das halt. Gut. Das Teil verreckt auch. Oh Mann, wie viel was kommt da noch? Okay. Gut. Ameisen sind gleich tot. Ach, da kommt schon wieder neue. Und noch eine. Kommt schon verreckt, verreckt, verreckt. Dann ist das Ding da weg. Und nicht. Irgendwann werden wir es schon kapieren. Tesla-Turm. Okay. Gold haben wir keins. Aber mit Riel. Wo gibt's Gold? Gold, Gold, Gold. Da unten gibt's Gold. Da davor kommt noch der Vogel. 5 Auge. Da haben wir noch solche. Ameisen. Macht es weg. Brauchen wir nicht. Gut. Da liegt auch irgendwas unten. Dann... 126 Mana. Und hier da mal ein paar rein. Und... Kriegt ihr es raus? Oder sauft ihr ab? Ähm... Keine Ahnung. Die sind abgesoffen. Was, wenn ich hier welche hinbesetzt? Schafft ihr's? Ähm... Keine Ahnung. Vielleicht müssen die erstmal da durchkommen. Das könnte ja ein Problem sein. Komm, mach platt. Ach... Naja... Was soll's. Da oben kommt nichts mehr. Da sind noch... dumme Viecher. Da geht's auch runter. Also... Dann werden wir an. So, so. Komm. Geht nichts. Skelette kommen wieder. Ja, ja. So ist es halt. Und... Was war denn da? Nein, das ist keine Höhle. Ähm... Was wollte ich jetzt sagen? Ach... Sieh mal einer an. Die dummen Viecher kommen da durch. Die Zwerge sind zu doof, das Zeug wegzumachen, aber die machen's gleich sofort weg. Sobald sie auftauen. Ach... Türen können... Können wir auch einen machen. Holt mal die Tür ab. Äh... Holztür. Da hin. Ja, haben wir zwei. Ähm... Mühle kommt... Ach, ist wieder so ein Mini-Ding. Gut. Zombie... Ah, du bist doch dämlich! Ausrüstung... Der hat nichts... Ähm... Äh... Das da... Und... Okay, die disintegrten alley answers auch gleich wieder alle. Wie viel haben wir? 78%... Äh... formation Ooze. Das macht kaputt. Und wir sind... glaub, ich... Am Ende einer Folge. Ich glaub, sogar schon wieder eine Überlänge. Also... Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!